Das DaVinci-System ist ein minimalinvasiver Verfahren. Die Patientin erholt sich schneller, hat wenig Wunderheilungsstörungen, geht schneller nach Hause. Das System DaVinci kann man benutzen bei vielen Erkrankungen, zum Beispiel ein Stück Zysten, ein Stück Tumoren, Blasenenschwäche, Gebärmuttersenkung, Unterleibskrebserkrankungen. Der Operator sitzt jetzt an der Konsole, steuert das Gerät. Das DaVinci-System hat vier Arme mit kleinen Löchern in den Bauchraum, geht rein der Patienten. Da kann man alles dann vergrößert sehen, in 3D, alle Gefäße, alle Strukturen, Organen einen deutlicher Sehbar. Das DaVinci-System ist ein minimalinvasiver Verfahren. Die Patientin erholt sich schneller, hat wenig Wunderheilungsstörungen, geht schneller nach Hause. Als Operator sieht man dann alle Strukturen vergrößert, deutlicher. Da kann man auch viele Strukturen dann besser erreichen, da DaVinci-Arme kann man besser bewegen als menschlicher Arm.